Wenn Sie jetzt überrascht sind, dass wir schon wieder am Ende der Sendung sind, dann heißt das, dass Sie das Gefühl hatten, dass die Zeit sehr schnell vergangen ist und das wäre ein gutes Zeichen für uns. Ich bin leider schon so weit, dass ich Adieu in die Schweiz sage und auf Wiederschauen in Österreich sage. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat gefallen. Und das wäre ja dann ein Grund, sich das nächste Spotlight wieder anzusehen. Dankeschön fürs Zuschauen. Auf Wiederschauen. 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 Wiederschauen.